Was heißt Anstand für Sie? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das für mich ein schreckliches Substantiv. Wie alle Substantive davon ablenken, dass wir uns eigentlich mit konkreten Verhalten beschäftigen sollen, ist auch mit dem Begriff Anstand. Wenn Anstand meint, sittliches Verhalten, Verhalten, das als gerecht, als moralisch empfunden wird, würde ich viel mehr, viel eher davon sprechen, sich anständig verhalten. Und wenn man dann fragt, was heißt anständig verhalten, dann hat das schon sehr viel, wie heute Abend auch herauszukommen, mit Kinderstube, mit Charakter zu tun, wo spätere Einflüsse wie Berufsleben, wie Universität sogar, nur sehr gering in ihrer Wirkung sein können. Und da bin ich als Psychologe nicht so optimistisch, wie manche Teilnehmer heute Abend, dass Universitäten so einen großen Einfluss haben könnten. Denn man weiß heute aus der Psychologie, dass der Charakter spätestens im fünften Lebensjahr, Ende des fünften Lebensjahres so gefestigt ist, dass nur sehr schwer von außen die Grundstruktur geändert werden kann. Also ich teile diesen pädagogischen Optimismus nicht. Sind Sie denn komplett schwarz für Universitäten und höhere Schulen oder können die doch noch irgendwie etwas mithelfen zu anständigem Verhalten bei Jugendlichen, 20-jährigen Studierenden jetzt? Ich bin da grundsätzlich sehr optimistisch, dass der Zeitgeist, zumindest was die jungen Leute betrifft, sich geändert hat, dass andere Fragen in den Seminaren gestellt werden, in den Vorlesungen, auch solche Veranstaltungen gut besucht sind, dass das Thema von einer peripheren Bedeutung in die Mitte des Geschehens rückt, also da, wo es weh tut, nicht als Rand- und Zusatzthema, als Add-on, sondern als ein Kernthema, wo die jungen Leute auch Fragen stellen, zu Recht Fragen stellen, auf die die Vortragenden im besten Fall eine Gegenfrage, eine Lebenserfahrung, aber nie die letzte Antwort haben. Und allein diese Diskussion zu führen in einer Stärke und Intensität, die anders ist als nur vor Jahren, sehe ich als ein Gewinn. Und das ist schon eine Bestärkung derer, die sagen, naja, ich bin an der HSG, am Ende des Tages verdiene ich doch richtig Geld, ich mache das ganze Ethische noch mit, aber letztlich gehe ich zur Investmentbank oder werde Vorstand, wo es alles keine Rolle spielt. Und was wir heute Abend gelernt haben bei diesen Persönlichkeiten, die tatsächlich an den Schaltstellen der Macht sitzen, es macht einen Unterschied, es gibt sogar Argumente, dass es sogar für das Geschäft letztlich besser sein kann. Vielen Dank. Abschließende Worte. Was würden Sie den Studierenden hier mit auf den Weg geben? Den Studierenden würde ich einen Satz von Bertolt Brecht auf den Weg geben, der da heißt, der Denkende verspricht nie mehr, als dass ein Denkender bleibt. Vielen Dank.